wir tragen nun nur um dann auch mal den blue eyes micha zu zeigen mensch micha du musst doch keine angst vor dem multiplayer haben komm ich reiche dir die hand nicht habe ich gesagt und ich helfe dir tja micha ich weiß nicht ob du die multiplayer folge gesehen hast aber wir werden jetzt in dieser folge die werde ich einfach nennen hashtag wie man das heutzutage ja macht bei twitter oder so hashtag blue eyes trau dich nennen wir das ganze jetzt mal zwar hat er und genug mich hat quasi mit einem youtube video getracht das video ist frau dich nur in der geschichte gibt hat schlicht und ergreifend um den ets 2 multiplayer die meisten von euch wissen Ja, immer, dass ich von dem Multiplayer immer kein so Riesenfan bin, weil das am meisten Mord und Totschlag quasi übertrieben gibt. Aber ich habe auch wiederum gesagt, irgendwann gucke ich mir das mal wieder an. Und das hat der Onkel Nubi halt wieder aufgegriffen und hat ein Video gemacht. Ich soll mich trauen und natürlich traue ich mich. Jacqueline Chantal am Tippsen. Ich glaube, die macht da schon Termine mit Blue Eyes gerade. Wann jetzt denn im Multiplayer soweit ist, ne? Er hat die Challenge ja quasi angenommen. Sein Video dazu hieß, äh, Hashtag ich trau mich. Oder, ne, wie hieß denn das? Hashtag Blue Eyes traut sich. So hieß es, ne? Ich bin mal so frei und werde das Video von Micha die Antwort, äh, quasi hier dann nochmal unter die Videobeschreibung dann, äh, mit reinsetzen. Dann könnt ihr euch sie dann auch nochmal angucken. Ach, ich werde mal die Chronologie der Videos so da unten reinsetzen, ne? So mit, äh, mit der Multiplayer-Folge fangen wir mal an. Love, Peace and Harmony, ne? Dann mit meinem Hashtag-Video, wo ich ihn getaggt habe, quasi. Und, äh, sein, ja, zurück-tag. Das werden wir da mal schön chronologisch dann, äh, reinsetzen unter dieser Videobeschreibung hier, unter diesem Video. Oh Gott. Dann könnt ihr euch Micha als Antwort, der Maus, äh, ja, seiner Perspektive aus seinem Video dann, äh, natürlich anschauen. Und vergesst natürlich nicht für die tapfere Antwort, die er da gegeben hat. Dann auch gleich ein Like da zu lassen. Und wenn ihr ihn noch nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch mal Micha abonnieren, ne? Und lasst ihm dann noch ein Abo da. Aber ich denke, viele, viele haben da schon von euch längst getan. Wenn nicht, natürlich, ne? Drückt bei Micha auf dem Abo-Button. Viele lustige Videos, die er da bringt. Viele verschiedene Spiele auch. Nicht so wie bei mir hier, ne? Ne, ETS2. Da könnt ihr ein bisschen mehr erleben. Aber wie gesagt, ich setze das alles hier unten in die Videobeschreibung, ne? Die Chronologie, wie das alles so anfängt, wie sich das da so entwickelt hat. Und, äh, ja, die Jacqueline Chantal macht hier schon mal Termine mit Micha, wann es denn losgehen kann. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich freu mich da schon so ein bisschen drauf. Hashtag, wer traut sich? Und, äh, ja, die auch malen. Uh, nein, naa, die 메이크업 hat noch das schuldige.